Musik Moin Jungs, da bin ich wieder und heute zum ersten Mal mit dabei ist unser lieber Freund, der Herr Freud. Soviel ist halt schon mal gesagt, er ist nicht das letzte Mal dabei, also gewöhnt euch an diesen Jungen, er ist sehr cool unterwegs. Der Link zu seinem Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Dann war der Matze80, unser heiß geliebter Matze80 noch mit dabei. Und ja, Faden verloren, scheiße. Nein, egal, ich zeige euch heute diesen Launch Glitch, wie der funktioniert. Also ich weiß nicht, ob er schon die große Runde gemacht hat, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich finde den so geil, dass ich ihn auf jeden Fall heute zeigen musste. Und zwar, ihr müsst euch vorne auf das Boot stellen und Matze80, also ihr müsst Matze80 dabei haben, weil sonst funktioniert es nicht so gut. Auf jeden Fall, ihr müsst euch vorne auf das Boot stellen und einfach gegen die Yacht fahren. Und dann katapultiert es euch, zack, über die Yacht, auf die Yacht und drumherum. Richtig geil. Theoretisch funktioniert es eigentlich mit allen Gegenständen. Ihr müsst einfach über andere Boote fahren, dann katapultiert es euch nach oben. Oder sucht es euch irgendeine schöne Stelle irgendwo im Wasser aus. Nehmt ein Boot, fährt irgendwo dagegen und euch katapultiert es euch ins Unendliche manchmal. Ja, das war es auf jeden Fall mit dem Video schon. Was mit dem Video schon? Im Video schon? Auf jeden Fall, das war es schon. Und schaut beim Volk vorbei. Also Jungs, haut es rein und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao Jungs! Ciao Jungs!